Sie suchen die Stecknadel im Heuhaufen? Das wird schwierig. Sie suchen nach einer Autowerkstatt für alle Pkw, Geländewagen und Kleintransporter aller Fabrikate, bei der Preise und Leistungen stimmen, bei der Unfallreparaturen schnell und reibungslos abgewickelt werden, die durch viele große und kleine Serviceleistungen Zufriedenheit und Vertrauen bei den Kunden schafft? Die haben Sie gefunden. Klatte und Bettig Autodienst in Herford-Herringhausen, Engerstraße 251. Wir laden Sie ein, sich in unserer Werkstatt umzuschauen und freuen uns, Sie bald persönlich betreuen zu können. Herr Klatte und Herr Bettig besprechen in unseren freundlichen Kundenräumen Ihre Probleme mit Ihrem Fahrzeug bzw. kümmern sich um Ihr Anliegen. Wir schauen uns dann gemeinsam mit Ihnen Ihr Auto an. Und wenn möglich, erstellen wir schon sofort die Diagnose. Unsere beschulten Mitarbeiter kümmern sich dann um Ihr Fahrzeug, sei es zum Beispiel ein Unfallschaden, ein Glasschaden, eine Inspektion, Ölwechsel, Reifenwechsel, Achsvermessung, Klimaservice oder auch der Einbau oder die Wartung einer Gasanlage. Während der Zeit wurden Sie bereits von unserem Hol- und Bringservice zu Ihrer Arbeitsstelle gebracht. Oder sind mit dem Bus, der gleich vor unserer Tür hält, nach Hause gefahren. Sie warten bei schnellen Reparaturen, bei einer leckeren Tasse Kaffee und bei der Lektüre einer Zeitschrift in unseren freundlichen Kundenräumen. Mehr zu unseren Leistungen finden Sie auch auf dieser Internetseite unter fair und günstig. Wir hoffen, es gefällt Ihnen bei uns und wir sehen uns bald. Hallo, ich bin Stefan Bette. Ich bin Dieter Klamm. Und ich bin Hannah Klamm. Und wir sind für Sie da. Wir sind für Sie da. Wir sind für Sie da. Vielen Dank.